Musik Ein Hershey's Riegel, ein XXA M&M, bunte Donuts und ein gefülltes Croissant. Und all diese Dinge bestehen aus Seife. In unserem neuen Video seht ihr, wie ihr Seife herstellen könnt, die wie Süßigkeiten aussehen. Musik Leider sind nicht alle Leute so umweltbewusst wie Dolly und Christy. Auf der Bank liegt Müll. Christy räumt sofort alles weg. Dolly gibt ihr Feuchttücher oder Desinfektionsmittel. Aber Christy kümmert sich nicht um Keime. Das ist nicht gut, Christy. Dann hat Dolly eine Idee. Sie gibt Christy einen ungewöhnlichen Hershey's Riegel. Schneidet klare Seifenbasis ab. Und schmelzt es in der Mikrowelle. Gib Kakaobutter dazu. Verrührt es, bis es sich aufgelöst hat. Reibt dann Schokolade und verrührt es dann. Fügt ein paar Tropfen Schokoladenaroma hinzu. Und braune Lebensmittelfarbe. Es verfestigt sich nach einigen Minuten. Besprüht dann die Seifenbasis mit Alkohol. Besprüht auch eine Schokoladenform damit, damit keine Blasen entstehen. Gieß jetzt die Seife ein. Und lasst es aushärten. Gleich dann die Kanten mit einem Messer aus. Und wickelt den Riegel in Folie ein. Legt es nur noch in eine Hershey's Verpackung. Christy ist so aufgeregt, den Schokoriegel zu öffnen. Es riecht so gut. Sie bricht ein Stück ab und will es probieren. Moment, es ist Seife. Es ist einfach sehr schokoladig. Aber nicht essbar. Christy will aber Schokolade. Keine Seife. Dolly bringt frische Croissants. Aber Christy möchte das Essen wieder mit ihren schmutzigen Händen anfassen. Dolly stellt fest, dass Christy noch viel über Hygiene lernen muss. Also tauscht sie schnell das normale Croissant gegen ein Seifenstück aus. Fügt Seifenfarbe zur geschmolzenen Seifenbasis hinzu. Mischt es dann und gießt es in eine Croissant-Form. Verteilt dann die Seife an den Wänden, um eine braune Kruste zu erhalten. Kratzt die Oberfläche mit einem Spieß ab. Für die Hauptschicht mischen wir klare und weiße Seifengrundlage, um eine natürliche Farbe zu erhalten. Schmelzt es und fügt Seifenfarben hinzu. Besprüht die Form mit Alkohol und füllt den Rest bis zum Rand. Entfernt das Croissant, wenn es ausgehärtet ist. Macht noch eine Vertiefung für eine Füllung. Und noch eine andere gleiche Croissant-Hälfte. Kratzt dann die Ränder ab und tragt geschmolzene Seife auf. Verbindet dann schnell die Hälften. Glättet danach die Kanten mit einem Messer. Mischt jetzt Flüssigseifenbasis mit Seifenfarben. Fügt auch Make-up-Glitzer und Erdbeeraroma hinzu. Gießt die Seifenmischung mit einer Pipette in das Croissant. Bedeckt das Loch mit geschmolzener Seife und glättet den Rand. Gießt die geschmolzene, schokoladenfarbige Seife auf das Croissant. Es soll aussehen wie Glasur. Christi beschnuppert den Leckerbissen. Es ist wieder Seife. Wieso tust du mir das an? Christi kann keine Seife mehr sehen. Ich wette, sie wird dieses Croissant lieben. Ich habe es halbiert. Und eine süße Erdbeerfüllung kommt heraus. Es ist auch glitzernd. Dieses Seifencroissant sieht so echt aus. Und jetzt geh und wasch deine Hände. Dolly behält Christi im Auge. Sie soll sich endlich die Hände waschen. Dolly bereitet spezielle Seife für Nutella-Fans vor. Damit muss es ihr doch gelingen. Macht mit der Heißklebedüse ein Loch in ein Nutella-Deckel. Befestigt ein Flüssigseifenspender. Misch danach Flüssigseifenbasis mit braunem Puder. Fügt dunkelbraunes Puder hinzu. Und auch Traubenkernöl. Fügt auch ein paar Tropfen Schokoladenaroma hinzu. Und braune Lebensmittelfarbe. Gießt die Flüssigseife in das Glas. Und schließt den Deckel. Befestigt noch ein Etikett. Die Nutella-Seife erobert Christis Herz. Sie freut sich, die leckere Seife zu verwenden. Jetzt wischt sich Christi endlich die Hände. Sie weiß, dass es im Badezimmer ein Glas Nutella mit Seife für sie gibt. Dolly ist ihre Lieblings-M&M's. Christi will auch welche haben. Hast du deine Hände gewaschen? Dolly gibt ihrer Freundin spezielle M&M's für saubere Hände. Schneidet eine klare Seifenbasis in Stücke. Stellt es in die Mikrowelle. Und fügt Avocadoöl hinzu. Und auch Schokoladenaroma. Und braune Lebensmittelfarbe. Reibt ein Stück dunkle Schokolade. Und mischt es. Gießt die Seife in eine runde Makaronenform. Und sprüht Alkohol darüber. Wenn es ausgehärtet ist, bedecken wir eine Hälfte damit. Und warten, bis es ausgehärtet ist. Macht jetzt die Glasur. Misch geschmolzene Seifenbasis mit roter Lebensmittelfarbe. Avocadoöl und Karamellaroma. Sprüht wieder Alkohol darüber. Und gießt die Seife in eine halbe M&M-Form. Wartet eine halbe Minute, bis die Seife etwas ausgehärtet ist. Und rübt die Schokoladenfüllung hinein. Entfernt dann die Seife nach dem Aushärten. Geht mit einem Zahnstocher darüber. Damit die Hälften besser haften. Gießt die geschmolzene Basis in die andere Hälfte. Besprüht es wieder mit Alkohol, um Blasen zu vermeiden. Und verbindet die Hälften. Lasst es nur noch aushärten. Schneidet dann das M nach einer Schablone aus weißer Seife aus. Erhitzt die Mitte der Seifensüßigkeit mit einem Feuerzeug. Und drückt das Buchstabenlogo an. Wirkelt die Seife in eine passende Verpackung. Christi versteht, dass der große M&M überhaupt nicht essbar ist. Dolly und ihre Seifen trägst. Aber Dolly zeigt ihrer Freundin, dass sie mit dieser Seife tatsächlich Spaß haben kann. Wir brauchen einen Schäler. Sei vorsichtig und schneide dich nicht. Wir entfernen Schicht für Schicht. Und wir erhalten dünne rote Seifenspäne. Wir erreichen endlich die Schokoladenfüllung. Christi mag dieses Spiel. Diese M&M-Seife ist noch viel besser als Süßigkeiten. Wir haben Post. Es ist eine Schachtel mit Donuts. Hm, genau das Richtige für Christi. Oder auch nicht. Es ist wieder nur Seife. Fügt Seifenfarbe zur geschmolzenen Seifenbasis hinzu. Befüllt mit einer Pipette die Streuse in eine Donutform. Macht Streuse aus drei Farben. Kratzt die oberste Schicht ab, wenn die Seife getrocknet ist. Für die Glasur geben wir rosane Seifenfarbe und Make-up Glitzer auf die geschmolzene Seifenbasis dazu. Besprüht die Form mit Alkohol und gießt die Seife nicht bis zum Rand ein. Formt die Ränder der ausgehärteten Seife mit einem Spieß, um wellige Glasurtropfen herzustellen. Kratzt dann die Oberfläche ab und verwendet für die Hauptschicht eine weiße Seifenbasis. Zerkleinert es und schmelzt es dann. Fügt auch Traubenkernöl hinzu und verwendet eine Seifenfarbe, damit es aussieht wie ein echter Donut. Besprüht Alkohol auf die Glasur und auch auf die andere Hälfte der Form. Gießt dann die Seife hinein und befüllt die Form bis zum Rand. Wenn es ausgehärtet ist, machen wir Einkerbungen auf der Innenseite. Besprüht es wieder mit Alkohol und verbindet die Hälften mit geschmolzener Seife. Glättet noch die Verbindungsstellen. Wir machen noch mehr Donuts auf die gleiche Weise. Legt sie nur noch in einen Karton. Und bringt ein Donutaufkleber an. Christi hat keinen Hunger mehr, aber Dolly weiß, wie man ihre Freundin aufheitert. Schneide die Donuts auf. Aber sei sehr vorsichtig. Diese Seife ist so weich. Es sieht aus wie Sahne, wenn man sie aufschneidet. Wir schneiden die Donuts in kleine Stücke. In große Scheiben. Und benutzen auch einen Schäler. Es macht echt viel Spaß. Christi hat genug Seife geschnitten, um einen Seifensalat zu machen. Schade, dass es nicht essbar ist. Christi futtert für Teller. Aber Dolly wacht wie ein Hund. Wenn sie sich bloß auch so schnell die Hände waschen würde. Jetzt finde Christi heraus, dass die Frutella-Verpackung Seife enthält. Schmelzt weiße Seifenbasis in der Mikrowelle. Fügt auch Lebensmittelfarbe hinzu. Und einen halben Teelöffel Avocadoöl. Fügt auch Erdbeergeschmack hinzu und mischt es. Besprüht eine kleine quadratische Form mit Alkohol. Und gießt die rosane Seife hinein. Besprüht es auch mit Alkohol. Und nehmt das Quadrat heraus, wenn die Seife ausgehärtet ist. Wir machen ein paar quadratische Seifen auf die gleiche Weise. Grün mit Apfelduft. Gelb mit Zitronenduft. Und blaue Seife, die nach Blaubeere riecht. Deckt jedes Quadrat mit einer großen Frutella-Verpackung ab. Legt alle Quadrate in eine Frutella-Verpackung. Christi öffnet die große Süßigkeit. Und Dolly hat schon Wasser und eine Reibe parat. Zeit für eine Seifenshow. Seifenfrutella riecht schön fruchtig. Und Dolly reizt sie direkt ins Wasser. Was machst du? Eine Seifensuppe? Lasst uns die Seifenstücke mit Wasser mischen. Es erzeugt Schaum. Und Dolly macht Seifenblasen. Wow, es macht so viel Spaß. Christi liebt die Seife. Wie fandet ihr unsere süße Seife? Schreibt uns, welche Süßigkeiten ihr in eine Seife verwandeln würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. hosebremes und zwei lässt sich bis zur commit Landwirte sie voll drauf auf die Glocke kreif. Video Parker. Tschüss. Schaum damaged.